In den letzten Tagen haben in guter, wertschätzender Atmosphäre Gespräche zwischen der Geschäftsführung des SK Sturm Graz, dem Präsidenten Christen Jauch und meiner Person stattgefunden, wo wir versucht haben, die Situation zu erörtern und das Resultat dieser Gespräche ist, dass wir uns einvernehmlich darauf geeinigt haben, den Teil 2 unserer gemeinsamen Zusammenarbeit nicht mehr anzutreten. Die Gründe dafür sind sicher auch wesentlich in der Corona-Krise zu suchen und in dem, was die Krise für eine Auswirkung gerade auf einen zuschauerstarken Verein wie Sturm Graz hat, aber natürlich auch in den letzten zwei Jahren, in denen wir die Erwartungen nicht in dem Ausmaß erfüllt haben, wie wir uns das selbst vorgenommen haben und das natürlich auch dadurch das Verhältnis zwischen dem SK Sturm und meiner Person und dem Umfeld ein wenig belastet ist. Ich habe Verständnis dafür, dass man in so einer Situation eine On-Top-Position, die es bisher nicht gegeben hat, nämlich die eines technischen Direktors hinterfragt und habe hier auch dem Wunsch von Sturm Graz entsprochen und auch verstanden, hier jetzt getrennte Wege zu gehen. Ich möchte trotzdem auch Bilanz ziehen über für mich eine sehr spannende Zeit, in der die ersten zwei Jahre überragend waren. Man versucht, als Geschäftsführer Sport, Rahmenbedingungen zu beeinflussen, die Atmosphäre zu beeinflussen, korrekte und gute Personalentscheidungen zu treffen. Wir haben sehr viel investiert in die Infrastruktur aus den Gewinnen, die wir aus Transferbereichen erzielt haben. Wir haben hier drei Fußballplätze komplett erneuert, die Flutlichtanlage erneuert, die Kraftkammerbereich erneuert, in den Staff investiert mit einem eigenen Talente-Coach, Reha-Trainer, mit Videoanalyse in Ausmaß, wie es vorher nicht da war, genauso Leistungsdiagnostik, nur leider hat sich diese Wahrscheinlichkeit nicht durchgesetzt in den letzten zwei Jahren, was auch das Spannende und Wesen des Fußballs ausmacht und wir haben die hohen Erwartungen, und das ist ja auch bis zu einem gewissen Grad ein Kompliment, leider nicht erfüllen können. Ich verweige mich trotzdem vehement hier mit irgendeiner Verbitterung auf meine Zeit bei Sturm Graz zurückzusehen. Wir haben gerade im wirtschaftlichen Bereich vier tolle Jahre gehabt, haben viel weitergebracht, aber natürlich schmerzt es mich auch, dass die letzten zwei Jahre nicht im gleichen Maße erfolgreich waren, wie die ersten zwei. Final wünsche ich dem SK Sturm alles, alles Gute, allen leitenden Personen. Ich möchte mich bedanken beim Präsidenten Jauck und dem gesamten Vorstand für das Vertrauen der letzten Jahre. Ich möchte mich bei allen Sponsoren und Partnern, genauso wie Mitarbeitern, egal ob Geschäftsstelle, Spieler, Trainer, Betreuer, herzlich bedanken und allen voran und zum Schluss, und ganz wichtig, auch bei den Fans und auch speziell bei der Fankurve, die in den Jahren, die ich beim SK Sturm sein durfte, für ganz viele spezielle Momente bei mir und meiner Familie gesorgt haben, die ich für ewig in meinem Herzen tragen werde. In diesem Sinn, alles Gute dem SK Sturm auf die Schwarzen.